Geht's dem Kind gut oder nicht? Es tut mir leid. Aber alles weist auf Trisomie 21 hin, Dorn-Syndrom. Es heißt, wir kriegen ein behindertes Kind. Die Entscheidung liegt bei ihm. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. Ich bin, Dr. Hör diesen Tisch, weil er sich extra gewünscht. Okay, certo. Was hast du? Es geht doch nicht. Entschuldigen Sie bitte, Enzo ist erst heute ein wenig, wie sagt man? Indisponiert? Si, indisponiert. Sehr indisponiert. Ein wenig Pepe? Gerne. Ja, gerne. Danke. Buon appetit. Grazie, Mario. Madonna, was ist denn los mit dem, Enzo? Sa va misst du im Service, ha? Seit 20 Jahren. Da darf dir sowas nicht passieren. Und du planierst mich bis auf die Knochen. Ja, jeder macht doch mal einen Fehler. Einen Fehler geschenkt. Aber doch nicht einen nach dem anderen. Und du planierst mich bis auf die Knochen. Das ist noch weit. Ja, das ist jetzt gerade schon.